Hallo, 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 hallo. Leise lila oder lahmlaik hier. Hallo meine Lämpchen. Meine Lämpchen. 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 Willkommen zurück zu meinem zweiten Video in einem Woche. Das ist für mich viel, aber ich freue mich darauf, dass ich ein neues Video für euch machen kann, weil ich immer ein bisschen zu viel Angst vor der Kamera hatte und so. Es bedeutet, dass ich in einer guten Stimmung, wenn ich filmen kann. Ich werde ein bisschen Deutsch lernen und ich hoffe, dass dieses Video könnte dich beruhigen oder Hilfe beim Schlafen oder etwas wie das. Und, okay, ich habe hier Wortschatz von Kapitel 6. So, fit für den Online-Einkauf ist, was diese erste Teil heißt. Erstes Wort ist die Auswahl. Ich weiß, was das ist. Die Auswahl ist die Möglichkeiten, dass man hat, für Produkte zu kaufen. Okay, die Bequemlichkeit. Die Bequemlichkeit. So, ich denke, das bedeutet, wie gemütlich es ist. Bequemlichkeit. Ich werde es suchen. Bequemlichkeit. Heißt. Oh, okay. Convenience. Okay, ich habe das Auge gedacht. Ease Comfort. So. Comfort für meine Idee. Okay. Aber ja. Aber ja. Online-Einkauf. Convenience. Ich konnte es gut verstehen. Es ist sehr wichtig. Bequemlichkeit. Wenn. Online-Web-Site. Online-Shoppen. Für eine Website. Okay. Das Benutzerkonto. Das Benutzerkonto ist, um, an, your user account. Benutzerkonto. Oder Konten. User account. Der Daten schütz. Der Datenschütz heißt, Datenschütz ist, Data Protection. Data Protection. Protection. Data Protection. Der Die Konsument. Oder Konsumenten. Oder Konsumentenen. Nein, so viele Konsum... ist das ein... Konsumer? Konsument, kon... ups. Konsument. Ja, Konsumer. Deutsch ist so ähnlich mit Englisch manchmal. Der Konsumer... oh nein, sorry. Der Konsument, konsument. Ich werde das schreiben. Konsumer. Und dann, ich werde die andere Wörter drauf schreiben. Benutzerkonto ist your customer account. Benutzerkonto. Aber lass mich sehen, was die echte Übersetzung ist. Benutzerkonto. Okay, account. User account. Ich war... ich hatte recht. User account. Bequemlichkeit, convenience. Die Auswahl, the choices. Die Kontodaten. Die Account. Ähm, data. Hier. Hier. Account. Lass mich sehen, ob das richtig ist. Konto, Daten. Account, data. Ja. Ich weiß, Daten kann auch ein Date sein. Der Grettetgartenbetrüg. Ich weiß jetzt nicht, was Betrüg ist. So. Credit-Kartenbetrüg. Ops, ich hab das mit dein amerikanischer C geschrieben. Oh, Betrüg ist Fraud oder Deception. Credit-Kartenbetrüg. 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 Es ist nicht so bequem. Okay. Die Lieferzeit. So, das ist die... Ich hab viel online Bestellungen in Deutschland gemacht, als ich darf und... Die Lieferzeit ist, wie lange es dauert es, zu deinem Zuhause zu kommen. Zu deinem Haus zu kommen. Lieferzeit. Delivery time. Lieferzeit. 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 Delivery time. Delivery time. Der Mindestbestellwert. So, ich weiß das auch. Das ist die Minimum, die Mindestens, Amount bestellwert. Ich werde es in meinem Vertrags-Siebchen suchen. Minimum purchase, vielleicht. Okay. Minimum order value. Okay. Minimum order value. Es war nicht ein schönes Wort, als ich erwartet. Minimum order value. Min. Order value. Das Passwort. Passwort. Das ist einfach. Der Preisvergleich. Der Preisvergleich heißt the price comparison. Die Produktbeschreibung ist product description. Product description. Price comparison. Der Rechnungsbetrag. So the receipt. Aber warte. Betrag und früher hatten wir... Oh, Betrug. Okay, das ist anders. Betrag ist das nicht nur ein Rechnung. Confirmation vielleicht. Rechnungsbetrag. Billing amount. Okay. Nicht confirmation. The billing amount. Total amount of a bill. Invoice total. So, let's see. I'll say invoice total. I like that one. Invoice total. Die Versand. Versand kosten ist the shipping cost. And then die Verschlüsselung kind of at all. Die Vers... Oh, I feel like that's a confirmation, I feel like. Verschlüsselung. Night. Das heißt inscription, die Verschlüsselung. Okay. Die Verschlüsselung heißt inscription, okay. Inscription. Das Virenschutzprogramm. Das ist einfach zu herausraten. Ist das ein Wort? Arrasraten. Ich habe ein Wort gemacht. Das ist einfach zu herausraten. Das ist einfach zu herausraten. Ist das jetzt zu herausraten? Ja. Die Gäste raten. Oh, Arrasvinden vielleicht. So, the Viral Protection Programme. Viral Protection Programme. Der Virus, Virin, the Virus, Viruses. Wiederrufen. Wiederruft, wieder rief. Ah, wiederrufen. To call again. Oder, oder to visit again. Wiederrufen. Oh, interessant. Okay. Cancelled. Cancelled heißt das. To take back. Cancelledes. Wieder, weiter. So, es sieht wie wieder mit ein IE auf englisch. Oder IE auf deutsch. Widerrufen. Widerrufen. Cancelled. Unverbindlich. Unconnectable or something. Unverbindlich. Oh, non-binding. 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 Non-committal. Non-binding. Sie vergewissern. Vergewissern. Unverbindlich. 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 Vermeide mein Haut von rot werden, wenn ich Sonnencreme betrage. Vielleicht das mag Sinn. Mein Deutsch nicht der Beste. Oh, ich habe das nicht gesehen. Ich bin fertig mit Online-Einkauf. Jetzt diese drei unverbindlich sich vergewissern und vermeiden es in FIT am Telefongebiet. So. Jetzt für die Telefongebiete haben wir ausführlich, ausführlich, keine Ahnung, ausführlich extensive. Extensive, detailed, lengthy, complete, in-depth, okay, extensive, oder lengthy, bezüglich, 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 ist, um, in regards to regarding, respective, let's say regarding. So, ich rufe dich an bezüglich dein Verbung oder something like that. Die Durchfall. Die Durchfall. Something like the choices, I don't know. Durchfall. Oh, die Durchfall ist a phone extension. Interessant, gut zu wissen. Ich wünsche, dass ich das, als ich in Deutschland war, wusste Durchfall, weil ich war oft auf dem Telefon total verwirrt mit diesem Robot, dass immer etwas, I don't know, ich könnte es nicht immer verstehen. So, the phone extension. Das ist wie, bitte eins drücken, wenn bla bla bla. Das Hintergrüngeräusch. Background noise. Das ist einfach Hintergrüngeräusch oder Geräusche. Jetzt haben wir, fit für die Kollegen, das Arbeitsklima ist the work environment. Work environment. Die Ausführung. Ausführung ist... I don't know. Ausführung. Impact. Repercussion, affect, outcome. Like, effect or impact. Okay. Befeilen. Befeilen ist... Befeilen ist... Befeilen... To command, to command something, to give orders, to tell somebody to do something. Okay. So I'll say, to give orders. So, to give orders. To give orders. Er befeilt. Befeilt. Befeil. Befehlen. Okidoki. Das Benehmen. Benehmen. Dies ist ein guter Wörter für mich, weil ich so viele nicht weiß. Ich mag das, wenn ich ein Wort nicht wissen... Okay. Das Benehmen ist... Oh! Behaviour or Conduct. Behaviour. Conduct. Die Bereitschaft. The Readiness. Bereitschaft. Bereitschaft. Willingness. Okay, yeah. Readiness. Preparedness. Attendance. Willingness. Willingness. Preparedness. Pushed him in. Es ist zu agree, ich denke. Pushed him in. Pushed him in. Nein. To decide. To decide. To decide. To provide. To decide. Bestimmen. Or jemanden bestimmen. To designate somebody to appoint. To affect. Or gibt viele Möglichkeiten. To resolve. Okay. To decide. We'll say that. Befürchen. 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 To cause something. To achieve something. To achieve something. To cause something. Oder achieve. Okay. Gestalten. Gutverter. Gestalten. Gestalten. Gestalten heißt. To pattern. To configure. To mold. To design. To fashion. To shape. To create. We'll say to design. To design. To design. Or create. Or create. Or to mold. Hereforhaven. 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 To emphasize something. To stress something. Ich finde es ein bisschen thing to emphasize, emphasize, to emphasize, to emphasize. Klagen? Klagen ist sie complain, litigate, go to law, file a suit, moan... Was I hate to complain. Die Kommunikationsfähigkeit. The communication. Fähigkeit ist like a trait or something, I thought. So, let's see. Kommunikationsfähigkeit. Ability to communicate. Okay, ability heißt fähigkeit or to skill. Ability to communicate. Communicative ability. Communicative ability. Das Konfliktpotenzial. Konflikt potential. Konflikt, that sounds very clear. Yeah, okay, potential for conflict. Potential for conflict. Die kritikfähigkeit. So, we know that's ability, so critic, critical ability. Kritikfähigkeit. Critical ability to take criticism. Oh, okay. Manchlich is like personable, maybe. Manchlich is human. Oh. Humane kind. Human or kind. Das ist doch nur menschlich. That's only human. Schätzen. 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 Is that to guess? To estimate. Yeah. To estimate. Die Teamfähigkeit. The ability to work in a team, probably. Yeah. Ability to work in a team, but a capacity for teamwork. Capacity. For team. 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 Teamwork. Unangemaisen. Unangemaisen. Unmeasurable, maybe. Unthinkable. Inappropriate. Unanmaisen. Unangemaisen. Un-dank-, undank-, undankbar, undankbar, unthankful, undank-, dankbar, ja, ungrateful, oh, I didn't say that, I took credit, but I didn't guess it right, oh yeah, unthankful, okay, it says that, it's also right, die Verzützung, ich bin zu müde jetzt zu raten, Wertschätzung, Appreciation, die Wertschätzung, die Wertschätzung, Appreciation, Wohlwollend, Wohlwollend, Benevolent, ich weiß das Wort auf Englisch nicht, Sympathetic, Generous, Favorable, Wohlwolle, Favorable, oder Sympathetic, Sympathetic, Fear it again, fear it again, fear it again, is to appreciate somebody, fear it again, yeah, Martin, fear it again, to acknowledge something, to esteem, to savor, to prize, so to appreciate, to appreciate, to appreciate, to appreciate, okay, that was fit für die Kollegin, wir haben jetzt, wie viel Zeit ist das? Okay, das ist eine good amount, so, mein nächstes Video werde ich dann fit für die Prüfung und dann wichtige Wortverbindungen machen, so, ich hoffe, dass ihr alle gut schlafen, schlaft gut und bis nächstes Mal, tschüssi, bye!